Herzlich willkommen zu diesem Video. Wir vergleichen zwei WL-Toyz-Buckys miteinander. Einmal links Maßstab 1 zu 18, einmal rechts Maßstab 1 zu 14, der sehr bekannte XKS140001. Und ja, was sollen wir noch sagen? Wir geben direkt mal Gas und schauen mal, welches der beiden Fahrzeuge hier besser abgeht. Der Kleine hat auf jeden Fall sehr viel Power, bringt die aber nicht richtig auf die Straße, beziehungsweise auf den Schotter hier. Ja, er tut sich wirklich schwer mit dem Gelände. Ja, macht auf jeden Fall schon Spaß, aber wirklich schwierig in dem Gelände, das Fahrzeug zu kontrollieren. Wir schauen mal, wie sich der 1 zu 14er anstellt. Ja, ich hoffe, ihr seht das auch, wie es an der Funkfernsteuerung rüberkommt. Lässt sich deutlich besser kontrollieren, hat auch noch Probleme teilweise, je nachdem, wie hoch die Bodenunebenheit ist. Aber macht schon mehr Spaß hier Offroad. So, hat es natürlich auch nicht geschafft. Auch der 1 zu 14er, wie gesagt, hat hier massive Probleme im Gelände. Aber der 1 zu 18er war noch schlechter, sage ich mal. Wenn ihr Offroad fahren wollt, würde ich nach diesem Test auf jeden Fall den 1 zu 14er bevorzugen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es in die Kommentare. Wir versuchen alles zu beantworten. Checkt auch mal unsere anderen BL-Toyz-Tests. Wir haben noch ein paar andere BL-Toyz-Fahrzeuge im Programm. In diesem Sinne, macht es gut und bleibt gesund.